This could be us, so back to what I was saying This could be us Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Kriegsvideo, Leute. Wir spielen gegen ein polnisches Team, da versuche ich gar nicht erst den Namen auszusprechen. Ja, und mein erster Gegner ist der Smolik. Ich bin gleich mit meinem mehr oder weniger schwächsten Team rein. Ähm, ja, Viscaso ist langsam, ne? Also das könnte ich mehr oder weniger ausnutzen, wenn ich dann auch dementsprechend zeitnah meine Steine zusammenbekomme. Es sind schon einige Steine auf dem Feld, das könnt ihr ja sehen. Aber, ja, okay, schade. Er wird jetzt auslösen. Er wird jetzt auslösen, aber wir sind zeitgleich auch bereit. So. Ich denke, ich werde die linke Seite zuerst machen. Obwohl, äh, Vivica braucht noch mega lange. Und Aslap saucht auch noch eine Weile. Gut, dann machen wir die Mitte zuerst. Dann machen wir die Mitte zuerst. Und, ähm, kann einer von denen widerstehen? Sie war sie ja nicht. Sie ist, glaube ich, Barbar. Ja. Und Xassalis auch nicht. Nein, okay. Also, die werden auf jeden Fall einen Mana-Block haben. Gut, dann kehren wir Xassalis zuerst. So. Dann haben wir hier schon mal eine nette Vierer-Reihe. Die nehmen wir mit. Dann haben wir nochmal eine Dreier-Reihe. Lila. Wir können gelb ghosten. Haben dann Lila Ready. Sehr schön. Okay, haben jetzt auch die doppelte Heilung. Sevaria sollte jetzt tatsächlich auch liegen. Sehr gut. Jetzt ist es nur noch Asla. Ah, wir bekommen jetzt kein Lila mehr Ready. Aber wir haben Gelb wieder. Er wird jetzt auslösen, ne? Was in Ordnung ist. Denn wir haben Minions. Wir haben alles. Das ist kein Problem. Und Heilung auch wieder ready. Lass ihn auslösen. Ich muss hier noch gar nichts machen. Obwohl, komm her. Wir können jetzt ganz sicher spielen. Hier der Lila. Wir haben nochmal Minions. Wir sind full HP. Und André wird den Rest gleich wegheilen. Also, das ist gar kein Thema. Dann werden wir hier Vivica eben legen. Hat gereicht. Sehr schön. Cage hat es natürlich nicht gereicht. Aber die Minions haben es gemacht. Sehr schön. Erster Sieg. Kann so weitergehen. So. Mein zweites Match. Ja. Dieses Mal mit meinem gelben Team. Okay. Da müssen wir uns also auch ein bisschen durchkämpfen. Aber wir haben immerhin grün. Na ja. Ein Match. So. Jetzt haben wir auch mal gelb unter Maligna tatsächlich. Können wir auch direkt spielen. Wir haben wieder grün. Ich weiß nicht, ob das reicht. Mal gucken. Nein. Okay. Wir haben noch eine grüne Reihe. Sehr schön. So. Maligna ist schon mal weg. Das sind schon mal gute Voraussetzungen. Voraussetzungen. Wir können, äh. Ne. Ich warte nochmal mit der Heilung. Tatsächlich. Obwohl Bejang. Ich würde da jetzt rein spielen mit gelb. Ähm. Ja. Das machen wir so. Und da die anderen nicht so schnell auslösen werden, werde ich jetzt schon Celine benutzen. Dann wird mich Bejang nicht ganz so doll treffen mit seinem Attack Down. Okay. Dann können wir da weiter rein spielen. Lass ihn doch auslösen. Das ist mir dann auch egal. Ich habe den Mana Boost von Toxic. Ähm. Die Frage ist. Will ich jetzt wirklich gelb spielen oder spiele ich einfach nur lila, weil ich den Mana Boost habe? Ne. Komm. Wir ghosten hier. Ion is ready. Damit habe ich mir schon mal drei Steine gespart. Jetzt habe ich den Mana Boost ja nicht mehr. So. Jetzt kann ich ihn in Toilusia einfach rein spielen. Lindenbrook ist ready. Ich kann wieder Gabe spielen. Dann löst wahrscheinlich Toilusia aus. Äh. Dennoch habe ich zwei Steine geghostet. Dann sind wieder meine Bein Damage Stealer ready. Also von daher ist alles gut. Wanda kann mir egal sein. Jetzt ist es eigentlich nur Glenda. Die hier so ein bisschen Faxen machen möchte gleich. Weil die auslösen wird. Aber das ist auch nicht unbedingt weiter tragisch. Okay. Nice. Sie wird jetzt nicht den Attackdown haben. Aber ich werde ihr alles disperren. Mit Céline. So. Ist alles weg. Wanda hat Full HP. Ja. Ha ha ha. Und mein Hase hat knapp 1000. Wenn jetzt Glenda natürlich auf meinen Hasen geht. Ist das doof. Denn. Ich glaube das ist noch ein Zug. Ja. Ein Zug. Also kann ich einfach in Toilusia sein spielen und warten. Dann. Nette Kombo. Das war ja schön. So. Jetzt kann ich heilen. Glenda löst eh aus. Ähm. Ja. Dann kann ich blau spielen. Dann ist gelb vorbereitet. Hab eine gelb. Grüne Kombo. Also jetzt ist es einfach nur noch ein Geduldsspiel. Es ist wieder so ein bisschen in die Länge gezogen. Aber. Ja. Da kann ich ja jetzt nichts dran ändern. Okay. Wir entfernen hier wieder alles. Dann lasse ich June. Tillusia kaputt machen. So. Und jetzt ist es nur noch Wanda. Die so ein bisschen da rum steht und Stress macht. Kann man sagen. Oder eigentlich keinen Stress macht. Sondern uns auf die Nerven geht. Das wohl eher. So. Und das sollte es eigentlich gewesen sein. Vielleicht hört ihr auch gerade den Krankenwagen. Aber. Das ist so warm Leute. Da muss das Fenster eigentlich auch auf sein. Ich hoffe das hat euch jetzt nicht gestört. So. Nächstes Match. Endlich ist Daiochan fertig Leute. Jetzt werden wir mal gucken. Ob das hier auch vernünftig passt. Wie ich mir das vorstelle. Leider hat sie nur drei Wappen bisher. Ne. 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 Aber. Im Gegensatz zu Kunchen ist sie schnell. Ja. Und das ist der Punkt. Ich kann hier auch einige Buffs klauen. Entschuldigung. Ähm. Von Kunel. Von Kara. Von der Dame ganz rechts. Na de. Zana oder so. Na. Na de. Zada. Oder was weiß ich. Ist auch egal. Ja. Schön wäre es natürlich. Wenn wir Kong irgendwie ready bekommen würden. Sieht aber definitiv nicht so toll aus. Das steht schon mal fest. Sieht nicht gut aus. Was das angeht. Und. Ja. Allgemein sieht das nicht so. Pzalle aus hier. Das könnte natürlich. Gleich wehtun. Mit Kill her. Aber. Da muss ich jetzt durch. Würde ich mal behaupten. Ich hab jetzt einen roten Stein. Den würde ich jetzt mit benutzen. Okay. Für Kong hat es schon mal. Eieiei. Eieiei. Ich hab keinen Schutz. Also sie wird jetzt auslösen. Aber. Immerhin vor Moral. Das ist schon mal etwas. Ja. Das hat. Das hat sehr weh getan. Das. Das weiß ich. Ja. Da sind die roten Steine. Aber Moral wird jetzt auslösen. Leute. Das war's. Oh. Schon wieder. Schon wieder hat dieses Team es nicht gepackt. Ich weiß nicht. Die leben noch. Alter. Ja. den Brandschaden werden. Der Brandschaden wird Gradmacher auf keinen Fall überleben. Und ich hab jetzt eine Autotacke vom Moral. Und Kara wird jetzt auch gleich auslösen. Und Kara wird jetzt auch gleich auslösen. Das ist ja schon mal scheiße. ey. Schönen wir. Alle hier so halb am sterben. Aber keiner ganz. Das ist ja Mist. Ist das. Ja. Das muss ich jetzt so machen. Kara. Alter. Kara hat auch überlebt. Echt jetzt? Ne. 145, ey. Ach, scheiße. Ja, ich hab's riskiert, Leute. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hab's riskiert. Jetzt sind alle hier low HP. Na, na? Ey, komm. Ja, okay. Ist ein Comeback hier möglich jetzt? Oder was ist hier los? Ich müsste jetzt Moral Nee, das wird nichts, Alter. Kunal wird mich jetzt sowas von ganken. Wie lange hab ich den Buff noch? Zwei Züge. Und mit drei Steinen hab ich Bera leider nicht ready. Oder doch? Nee, hat nicht gereicht. Tja, das bedeutet, das ist ein Lose. Würde ich mal sagen. Moral killt sich jetzt noch. Nee, der wird sich auch nicht mehr alleine killen. Weil außer Kong überlebt. Nee, hat er. Das ist unglaublich, ey. Alter. Ja, okay. Muss ich so hinnehmen. So, nächstes Game. Wir haben ja insgesamt noch drei. Wenn ich das hier zu Ende geführt habe, sind es noch zwei. Okay, das ist schon mal nicht so toll. Vielleicht kommt Lila oder Grün hoch. Ja, Lila ist hochgekommen. Das ist ja schon mal etwas. Wieder Lila. Okay. Dann machen wir auch so weiter. Wir spielen erstmal im Thayer rein. Wir nutzen die Zeit so ein bisschen. Ja, jetzt können wir mal Grün anspielen. Wir müssen irgendwie Lila zusammenführen. Aber das ist leichter gesagt als getan, wie ihr vielleicht sehen könnt. So. Freya löst leider wieder aus. Okay. Das ist schon mal gut. Also, Pinky ist ja der gefährlichste. Das ist den, den wir zuerst, auf jeden Fall zuerst ausnocken müssen. Das steht schon mal fest. Das könnte schon vielleicht... Ah, nicht ganz. Das hat nicht ganz gereicht. Okay, Devana wird jetzt leider auch auslösen, was schlecht ist. Denn, äh... Sabina und Fluffy können jetzt sterben. Das sind die Möglichkeiten. Nice. Die in der Mitte getroffen. Okay, sehr schön. So, Sabina. Alles gedispellt. Wir bekommen hier... Overtime hier... Ja, ich kann jetzt leider nicht darauf warten, dass Elisabeth auslöst. Denn, äh... Denn Elkanen löst jetzt auch aus. Und dann bekomme ich gar keine Heilung mehr. Das kann ich nicht machen. Also müssen wir hier weiterspielen. Wir können jetzt grün unter Divana vorbereiten, bevor Elisabeth auslöst, was gut ist. Ich habe jetzt einen grünen Diamanten. Denn jetzt haben wir auch den Mana-Debuff von Elisabeth. Der juckt uns jetzt natürlich herzlich, denn, wie gesagt, wir haben jetzt einen Diamanten. Solange uns die Rahmen jetzt nicht... Eieiei, 68. Ja. Und die Vana löst jetzt auch aus. Hoppala. Nice. Keine Kombo mehr. Yeah. Dankeschön. Sehr gut. Okay. Kunel hat sich verabschiedet. Das bedeutet, wir werden Divana jetzt auch legen müssen. Das könnte... Das ist möglich, dass Fluffy reicht. Hat gereicht. Hat gereicht. Sehr gut. Das bedeutet, wir können Freya nämlich auch hier legen. Ohne Probleme. Dann sind wir die Fiends los. Achso, nee. Ja. Gut. Ich musste jetzt darauf verzichten. Habe ich jetzt auch nicht dran gedacht. Aber ich hätte es trotzdem genauso gemacht. Denn... Wir wollen ja nicht die Attacke verschenken. Ich kann ja Freya nicht am Leben lassen. Das geht ja nicht. Und da wir sowieso Lila hier haben. So, okay. Alles klar. Die bescheuerten Rabennerven. Aber das bekommen wir gleich in den Griff. Würde ich mal sagen. So. Dann haben wir hier wieder Lila. Können ghosten. Haben ihn wieder ready. Können wieder heilen. Wir müssen jetzt halt sehen, dass wir grün zusammen bekommen. Oder die Samen killen. Eins von beiden. Ja. Wieder Lila. Ja. Kann ich jetzt meine Helden nur noch durch Davy Jones ready bekommen? Oder was ist hier los? Das sieht schlecht aus. Also die beiden werden mich hier noch solo machen. So wie das aussieht. Ei, 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 ei. Was ist das hier kompliziert wieder? Ja. Sie löst aus. Ja. Jetzt muss ich da rein spielen. Ja. Immerhin. Ja. Shit, ey. Das ist schon mal... Oh, nice. Revive. Okay. Okay. Jetzt ist wieder alles im Lot. Für diesen Zug. Da kann ich was starten. Jetzt können wir die verdammten Raben killen, die uns die ganze Zeit zu schaffen machen. Ähm. Okay, wir müssen Elkanen killen, weil er hat einen Auto-Attack. Lila können wir ghosten. Den Rest schaffe ich mit Fluffy. So, jetzt haben wir wieder grün. Junge, ey. War das ein Match hier. Und es ist noch nicht mal vorbei. So, jetzt aber. Also, manche können echt schon heftig reinhauen. Aber wir haben es trotzdem überstanden. Sehr gut. Ja, vorletztes Game, Leute. Gucken wir mal, dass wir das auch nach Hause bringen. Ich habe mir noch gar nicht wirklich den Stand angeguckt, wie es überhaupt in dem Krieg aussieht. Das können wir auch gleich mal machen. Unter Marjana eine blaue Seie. Uh, das ist schön. Ah. Ja, da sind die blauen Steinchen doch. Freya hat nur leider ausgelöst. Ah, jetzt hat die natürlich überlebt, ey. Junge, was ist das für eine Kombo? Ei, 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 ei. Immerhin hat Frick nicht ausgelöst. Das heißt, hier ist noch absolut alles drin. Alles drin. Okay, Frick wird gefährlich. Und wir möchten gerne Delilah killen. Krampus dauert ja noch ein bisschen. Da werden wir sowieso nicht unbedingt reinspielen. So. Dann zuerst, äh, Kat. Weil sie wenig Schaden macht. Bevor wir noch das Mana verlieren wegen Freya. Und dann Kobalt. Obwohl Kobalt könnten wir auch, äh, drei Charges haben, ne? Das machen wir doch mal so. So. Jetzt ist es auf alle. Und falls Majana jetzt nicht ausweicht, ähm, sollten hier Minimum drei sterben. So. Sehr gut. Drei sind gestorben. Ähm, wir haben immer noch Spott aktiv. Also kann Frick ruhig auslösen. Ähm, ähm, ähm. Wir hätten sowieso noch Dodge, also wäre es auch egal gewesen. Gut. Jetzt haben wir die Herren endlich ready. Und ab jetzt sollten die nicht mal mehr ihre Attacke voll bekommen. Zu zweit. Ich muss das jetzt nur noch ganz normal runterspielen, meine Steine zusammenbekommen. Und dann ist das hier auch gelaufen. alles klar, den Debuff auf Frick. Wir gehen auf Krampus. So. Dann können wir die roten Steine verschwinden lassen. Da wäre so eine grüne Reihe direkt im Frick sein gespielt. Die ist weg. Und dann, ähm, ja. War es das auch schon. Mit dem Match, würde ich mal sagen. Sehr schön. Letztes Game. Gucken wir, dass wir das auch gegen... Ach du Scheiße, wäre ich mal mit Gelb reingegangen. Gegen Alf Zicke gewinnen. Ähm, ja, okay. Und wir haben wenig blau, wenig lila. Ja, das sieht nicht gut aus. Okay, noch... Ah, Mann, ey. Ich habe da die lila Matches, wo ich blaue Matches habe, ey. Das gibt es doch gar nicht. Was soll der Shit? Bitte keine Kombo? Keine Kombo! Ja, jetzt löst die natürlich aus. Ei, 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 ei. Das kann ja jetzt was werden, ey. Oder habe ich so eine krasse Kaskade, dass ich jetzt, äh, dass ich hier jetzt alles umschmeiße. Das sieht nicht so aus. Das sieht nicht so aus. Die liebe Alf Zicke hat ausgelöst. Okay, nice. Mana-Schild. Wir brauchen jetzt ein bisschen blau. Vielleicht mal. Radmacher hat ausgelöst. Okay, aber wir haben jetzt hier eine blaue Reihe. und Leonidas und Magni sind noch nicht so weit. Das Problem ist, dass Finlay jetzt nicht den, das Mana abbekommt. Das ist noch ein Zug zu früh. Stopp, stopp, stopp. Alter. Das hier ist nämlich noch gar nicht, nicht mal ansatzweise ist das verloren. Magni, bitte auf Hanna. Dankeschön. Das hat ja schon mal super geklappt. Okay. So, jetzt werden wir hier uns erst mal erst mal um Mutter Nord kümmern. Das Problem ist, äh, das Problem ist, Alf Zicke löst gleich aus, aber die haben wir auf jeden Fall tot. äh, führt kein Weg dran vorbei. Ich muss jetzt halt sehen, dass ich blau wieder ready bekomme. Und das sehr zügig. Und dann ist auch eigentlich alles gut. Hauptsache, die alte Schachtel bringt, äh, Alf Zicke nicht wieder zurück. Das ist die Hauptsache. Okay, sie ist ready. Also, ich darf jetzt nicht blau spielen, weil ich mir jetzt nicht gemerkt habe, ob Alf Zicke volles Mana hat oder nicht. Weil sonst könnte ich ja einfach blau spielen. Dann wären meine Helden ready. Nee, blau kann ich auf keinen Fall jetzt spielen. Ich werde jetzt lila spielen. Vielleicht tötet das sogar Mutter Nord. Nein. Gibt es da eine blaue Kombo? Auch nicht. Nein, na. So, bitte nicht. Okay, sie hat sie nicht zurückgeholt. Nice. Da schon, ah, Freya, schade. Ja, gut. Ist egal, äh, Gradmacher wird auf jeden Fall sterben. Da führt kein Weg dran vorbei. Ist tot, sehr gut. So, jetzt ist es nur noch Mutter Nord. Wenn die weg ist, dann sollte das eigentlich laufen mit Finley und meinem Gargoyle als Backup. So, Leonidas ist fast am sterben. Okay, sehr gut. Ariel lebt auch immer noch, also, das sollte dann gelaufen sein, würde ich jetzt mal stark behaupten. Finley macht jetzt erstmal hier den Rest von Leo. Dann haben wir noch hier einen Diamanten, den können wir ausspielen. Magni könnte jetzt Ariel noch killen, das ist möglich, ja. Nein, will er nicht. Okay, cool. Ja, so, wie immer jedes, auf jeden Fall, oder so wie in letzter Zeit, das eine Team, das derzeit noch Schwierigkeiten hat, den Anschluss zu finden, irgendwie, hat wieder mal verloren, also fünf One-Shots, wieder mal. Krieg sieht wie aus, 44 Angriffe, 35 Angriffe, ähm, ja, das ist, ja, das ist noch eine recht enge Kiste, würde ich jetzt sagen. Neun Angriffe Unterschied, mehr oder weniger 300 bis 400 Punkte, ist noch alles offen, ist definitiv noch alles offen, ja, ansonsten, danke fürs Zuschauen, vergesst nicht zu liken und subscriben und bis zum nächsten Video. und bis zum nächsten Video.